Das ploppt auf das Verschwinden der Leiter. Großartig. So. Ich will jetzt mal hier hin. Kann ich mal richtig niesen? Kann ich mal richtig in... Ja, genau. Mach mal richtig Hatschi. Okay, andere Sims fühlen sich auch nicht so gut. Ich hoffe, dass ich hier... Oh, oh. Oh, oh. Oh nein, Nessie. Die Nessie. Oh, da ist sie auch schon angezeigt. Nessie. Ciao, Kakao. Es war schön mit dir, Nessie. Eieieieiei. Nessie. Tod. Wir haben einen weiteren Tod zu verzeichnen. Oh, no. Nessie. Was tust du? So. So, wir machen Objekt. Ciao, Nessie. Oh, Manu. Ein weiterer Verlust. Okay, und alle gleich wieder still. Alle. So. Ja, ich muss pinkeln. Aber wir haben hier, glaube ich, kein... Warte mal, ich mache mich noch mal hier... Bedürfnisse cheaten, glücklich machen. Jawohl, ich mache mich mal hier glücklich. Da muss ich nämlich auch die Toilette gehen. So, und dann haben wir hier draußen noch eine schöne Portion Kugel für Niggiri. Wir rufen zum Essen. Und, ähm... Und gucken mal, was passiert. So. Ähm... Oh, aber irgendwo muss noch eine Leiche liegen. Habe ich irgendwo eine Leiche nicht weggeräumt? Häää! Okay, das liegt dran, weil es gibt hier mehr Tote... Mehr Tote sind... Häää! Häää! Nein! Rabenkind! Rabenkind, was tust du? Und stress ihm aus! Eieieiei! Wir haben Verluste! Wir haben Verluste! Oh, Mann! Wir haben erstmal das Rabenkind, weil Rabenkind Kugelfisch Niggiri gegessen hat. Hier draußen. Ähm... Oh Gott! Oh Gott! Oh, Mannometer! Oh, das kann doch nicht sein! Oh, Mannu! Team Grün hat Verluste! Team Grün! Man down! Man down! Und Team Weiß für Stressi Maus! Eieieieiei! Rabenkind! Ähm... Oh, Mannu! Ja, das ist jetzt richtig schlimm für die Jenny. Jenny hat nämlich ihren Sohn gerade verloren. Die Henriette, die pfeift sich erstmal Kugelfisch Niggiri rein. Die denkt sich, yo, da hab ich jetzt richtig Bock drauf. Aber auch viele, die hier um die Stressi Maus trauern. Eieieiei! Oh, no! Was ein Drama! Was ein Drama sich hier gerade anwarnt! So, Lia versucht... Es gibt ganz viele, die sich hier am Kugelfisch Niggiri versuchen. Ähm... Eieiei! Eieiei! So! Okay! Eieiei! Oh! Die... Die Miri, die will's einfach echt wissen! Die... Noch ne Portion! Und noch ne Portion! Warum nehmen die sich auch das verdorbene Kugelfisch Niggiri? Nehmen doch wenigstens das Schlechte! Und nicht, was noch verdorben ist! Also... Oh! Sari! Hey! Ähm... Wir spielen Wer überlebt! Es ist unser monatliches Wer überlebt Sims-Event! Und, ähm... Wir spielen Last Man Standing! Also der letzte Überlebende! Und, ähm... Von 80 Sims siehst du ja, wie viele noch... Oh! Ne! Ha! Das ist das Ende für Jules! Unser Spargellauch! Ciao Kakao Jules! Team Blau verliert einen Mitstreiter! Jules erstickt an seinem... Ähm... An seinem Kugelfisch Niggiri! Oh Gott! Und es ist, glaube ich, nicht nur Jules! Oh! Und auch Miri! Oh nein! Es ist nicht nur Jules! Es ist auch Miri! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Jetzt, jetzt hagelt sie aber Leichen! Ciao Kakao Jules! Das war schön für dich! Ähm... Es war schön mit dir! Und auch Miri! Team Blau, Team Weiß! Verluste! Verluste! Ha! Große, große Verluste! So! So! So, jetzt kann ich mal speichern! Das stimmt! Wir speichern! Oh, speichern! Ganz wichtig! Speichern! Oh, Manometer! Ähm... Ich könnte gleich mal noch was zu trinken gebrauchen! Da würde ich jetzt nicht Nein sagen! Da geht doch was nicht mit rechten Dingen zu! Was? Hä? Verstehe ich gar nicht! Oh! Okay! Also wir werden jetzt gleich... Wie viel haben wir noch? 28! Ich warte jetzt mal kurz die Reste des Kugelfisch-Nigeris ab! Dann werden wir eine kurze Marbles-Pause machen! Dann werden wir ein paar Steam-Keys raushauen bei Marbles! Ähm... Da kann natürlich jeder wieder mitspielen! Es war irgendwie mit dem Kugelfisch-Nigeri auf der Terrasse! Was? Niemals! Niemals! Auch ein Jules muss halt mal gehen! Ähm... Genau! Und dann spielen... Alter! Oh Gott! Oh, Mariah! Mariah, die macht erstmal den Grill an! Ja! Und, äh... Mariah... So! Ähm... Wir warten jetzt mal drauf, dass Mariah hier die ganze Bude... Oh Gott! Steffi! Oh! Schön, dass du da! Ähm... Ansteckend! Iken ist hoch ansteckend! Das ist das, was wir sehen wollen! Mariah wurde hier gerade noch gelöscht! Ähm... Das war kurz vor knapp! Endlich! Endlich! Endlich brennt es ja mal! Ähm... Wir haben die Franzi, die auch kocht! Oh Gott! Uh! Du-du-du-du-du! Da ist der Alert für die Gewinne-Gewinne-Gewinne fürs nächste Mal! Äh, die Franzi hat hier ganz erfolgreich gekocht! Das ist ja hier, ähm... Un... Also... Hier, ne? Franzi, ne? Hast du dir ein schönes, äh... Grillkäsessandwich gemacht? Ja, ein Steck muss sein! Ja, ja! Jetzt muss ich viel Zeit mit euch verbringen! Oh Gott! Oh no! Oh, Taxi! Nein! Es brennt auch da hinten noch! Und Taxi... Nein! Keiner löscht Taxi! Ich glaube, das ist das Ende unserer Hausherrin Taxi, die dieses... Taxi, die dieses Haus hier gebaut hat! Ähm... Ich sehe hier weitere Verluste! Die Mariah scheint das hier gar nicht zu interessieren! Ähm... Die ist einfach hier... Das, äh... Ihren Polo a la Brasa! Und denkt sich so... Jo... Ja, die andere, die ist ganz schön... Die ist ganz schön... Die ist ganz schön hot hier neben mir! Aber, ähm... Ja, was soll man denn dazu sagen? Haspa, Haspa und, ähm... Haspa, Haspa und das war... Also, Taxi, entweder du löscht dich jetzt selber... Das wäre auch was! Oh, ein Dominik! Hallo! Hallo! Wie schön, dass du da! Hallo! So! Ja, im Kepfluff! Im Kepfluff! Hier los! Hier los! This girl is on fire! Ja, Taxi hat Hunger! Ich glaube, Taxi hat gerade aufgegeben! Wir sehen hier, glaube ich, gleich den tragischen Tod einer hochflambierten... Ja, jetzt merkt sie wieder Haspa, Haspa! Was passiert da im Hintergrund? Ach, guck mal! Guck mal, der Grill wird gelöscht! Wer ist denn das hier? Hier, guck mal, Lia sagt sich so... Oh Gott! Die hat sich gedacht... Ei, ei, ei! Also, Asche auf dein Haupt, Mariah! Und, äh, Lia, super, dass du den Grill gelöscht hast! Vielen Dank, dass du den Grill gelöscht hast! Und dass es dir egal war, dass Taxi hier einfach von uns gegangen ist! Ähm... Taxi... Ich weiß, ich bin hoch ansteckend... Wir verabschieden uns von Taxi, die dieses wunderschöne Haus hier gebaut hat... Eieiei... Eiei... Wir haben Dance-Party! FURT! Der Dance-Party ist gelöscht! Hä, wie viele Punkte hast du? Und du FURT! Alter! Okay! Der Privat-Dance für FURT! 10-4-4-1-2-3-1-3-6-4-4-4-5-5-6-4-3-4-6-4-6-4-6-6-5-6-6-3-4-4-5-6-4-6-6-6-6-7-6-7-7-6-7-7-7-7-8-8-7-7-7-8! Au, 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 aui. Au, au, aui. Au, aui, aui. Alter, aua. Der Benni ist auf mein Fuß gef dads. Mein Fuß ist matsch. Au, aua. Kann jetzt bitte jemand mit meinem Fuß pusten? Anna, du bist so eine eine Quadratlatsche. Das hast du mit deinen Planierraupen gemacht. Oh Gott. Warum musst du eigentlich immer pinkeln, Mädchen? Ich hab dich doch vor drei Minuten glücklich gemacht. Und schon wieder muss ich... Oh Mann, oh. Ich spiele die Fußball, das ist eine Pusche. Oh. Aui, aui, aui. Krankenwagen. Gibt's einen Krankenwagensimulator? Der kann mich jetzt bitte mal abholen. So, Atomache, Rückstände. Rückstände entdeckt. So, ich würde sagen, wir haben jetzt noch 28 Sims. Ich finde, das ist ein sehr guter... Jetzt geht... Ah, Pipi, Nebenwirkung der Krankheit. Ach so, Pipi. Ähm, nein, das ist kein... Das ist hier das Polo a la Brasa. Was sich hier die Lina gerade reinzieht. Also hast du Glück. Hast du richtig, richtig Glück. So, ich würde sagen... Ich würde tatsächlich sagen, dass wir... Ah, ich ersetze mal den Grill. Weil der Grill, der ist ja wichtiger als Taxi. Hier ist das Grillbesteck. Ah, ja, ja, okay. Ich entdecke schon wieder Sachen, die ich immer suche und nie finde. Ähm, die... Alter, guck mal, wie das hier aussieht. Das Haus, das ist ja hier... Ai, 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 Julia. Ich wollte halt eigentlich gerne mal gucken, ob irgendwer Hamsterfieber, ob wir schon jemanden angesteckt haben. Und dann spielen wir eine Runde Marbles. Ähm, ob ich irgendjemandem hier das Hamster... Äh, das Hamsterfieber schon untergeschoben habe. Ob wir wenigstens Leute haben, die auch krank sind. Aber ich glaube tatsächlich irgendwie noch nicht. Es wäre ja mal... Es wäre ja irgendwie schön, wenn es mal nicht nur Leute hier verhungern, ertrinken, verbrennen, sondern dass vielleicht auch mal jemand über das Hamsterfieber draufgehen. Und zwar nicht nur ich. Ist Nitzrek? Auch nicht. TJ, wir sind alle noch nicht krank, Henriette. Ihr müsst mehr Zeit mit mir verbringen. Guck mal hier. Auch nicht. Niemand... Niemand hat hier Hamsterfieber. Nadja... Ihr wart alle zu weit weg. Wir müssen mal hier Gruppenkuscheln machen. Gruppenkuscheln, Gruppenkuscheln. Was macht Jasmin? Auch nicht. Niemand. A Mermaid. Auch nix. Lia. Lia ist nur stolz, weil sie mit dem Feuer das gemacht hat und noch irgendwas mit dem Dreizack. Ähm... Die Lara, die freut sich irgendwie über Fußball. Wir haben Max. Super traurig, weil ja, verstehe ich. Ehefrau verloren. Das ist hier alles... Mir geht's halt richtig beschissen. Ableben in 19 Stunden. Das ist jetzt die Chance, dass ich noch Leute anstecke. Das ist jetzt die Chance, dass ich noch Leute anstecke. Ich muss mich halt mal... Warte mal. Ne, da kann ich nicht mehr zum Essen rufen. Doch, zum Essen rufen. Ich ruf mal alle zum Essen hier unten. Dass alle in meiner Nähe sind. Dass ich irgendjemandem noch meine Krankheit anhängen kann. Die Maren, die möchte lieber schlafen. Also gut wär's halt, wenn ihr euch das auch weitergebt. Oh man, Black Flag ist auch richtig traurig. Ehefrau verloren. Laila. Haben sich Laila und Grischi, leben die beide noch? Haben wir hier unser Traumpaar? Was hier noch am... Was eventuell das Ganze gemeinsam gewinnen könnte? Oder ist Laila schon tot? So, und Elki. Elki auch noch hart dabei. Elki richtig noch am Kämpfen. So, ich hab jetzt mal alle hier zum Essen gerufen. Kommt mal her. Kommt mal alle her. Oh Gott. Was machen die Kati? Ja, Kati ist doch gefährlich. Die Kati geht erstmal schwimmen. Die Kati geht erstmal schwimmen. Oh Mann, oh. So, so. So. Wir machen... Nee, ich vergesse Marvels nicht. Keine Sorge, ich vergesse Marvels nicht. Machen wir gleich. Ich will... Ich sterbe nämlich gleich in 19 Stunden. Und dann möchte ich gerne hier noch ein paar Leute mitnehmen. Ich möchte hier ein bisschen... Wir müssen... Vielleicht ist das schlecht draußen. Wegen den Aerosolen. Das haben wir ja alle schon gelernt. Aber... Vielleicht müssen wir in einem Raum sein, um Leute anzustecken. Weil da steht nämlich auch... Ich verurschte Ausbruch. Igen ist im Fieberwaden und hoch ansteckend. Ihr Zustand verschlechtert sich rasant. Sie sollte am Computer Nachforschung mit der Krankheit erstellen oder sofort einen Tierarzt konsultieren. Wenn sie jetzt keine Hilfe sucht, dann kann das schlimme Konsequenzen haben. 17 Stunden. Also ich kann mir immer noch quasi eine Spritze bestellen in der letzten... In der letzten Sekunde. Wo bin ich denn jetzt hingegangen? Nein, du musst hier bleiben, Mädchen. Du musst hier hingehen und hier mit Leuten in Begegnung sein. In Berührung. Wir haben hier auch einen defekten Automat. Der wäre auch hochgefährlich. Als ich die Sims gespawnt habe, sind alle zu den Automaten gerannt und die waren... Oh, oh, Henriette! Nein, Henriette! Die isst nicht mal Kugelfisch nigiri. Die hatte doch so einen Teller von dem Polo. Ja. Ja. Ja, das war dann Henriette. Ähm. Das, äh... Das war jetzt... Das war jetzt nicht so geplant, Henriette. Ähm. Ja. Ja. Ja, kommt mal alle her. Ich stelle mich jetzt mal hier in die Mitte. Hör mal auf zu weinen. Geh mal hier in die Mitte. Genau. Guck mal. Ja. Guck mal hier. Geh mal hier noch ein bisschen näher hin. So. Ja, Henriette. Oh, Mann. Da kommt noch die Franzi. Zack. Alle weg. Guck mal hier. Ich bin da. Ihr könnt hier mit mir. Kommt mal her. Kuscheln. Kuscheln. Kommt zu mir. Kuscheln. Ähm. Nein? Keiner? Keiner? Keiner möchte? Kode Todesursache Kopf im Tisch. Eigentlich schon, ne? Oh, Mann. Oh. Oh, ich hab genossen. Oh, wen hab ich erwischt? Uiuiui. Wen hab ich erwischt? Jasmin. Bist du krank? Nein. Henriette, hab ich dich erwischt? Henriette, komm mal. Äh, Franzi meine ich. Franzi? Franzi? Hab ich dich krank gemacht? Nein? Auch nicht? Was ist denn das hier hinten? Köstliches Häppchen, weil Nagel gefüttert hat? Okay, die hat sich mit den Nagel... Oh, Tim! Nein! Tim! Attacke! Die Rüdiger, komm! Die Rüdiger, schnell rett mit! Die Rüdiger sind da! Tim! Dankeschön! Tim, 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 Tim! Hello! Tim, 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 Tim! Dankeschön! Vielen, vielen Dank für den Raid! Hallo, 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 alle Raiders, die hier reinschneiden! Hello! Das trifft sich ja perfekt, weil wir wollten gerade, wenn ihr Bock habt, Raiders, dürft ihr natürlich direkt mitmachen, bevor wir das Ende unserer heutigen Wer überlebt spielen. Wir haben nämlich heute von den 80 Sims nur noch 27 übrig, die anderen haben wir heute alle erfolgreich schon um die Ecke gebracht, oder sie sich selber. Wir würden jetzt ein kurzes Intermezzo machen und eine Runde Marbles spielen und ein paar Steam Keys verlosen. Wenn ihr Bock habt, seid ihr herzlich eingeladen, mit Marbles zu spielen. Und danach geht es weiter mit Sims. Das machen wir immer so, das ist immer unsere Wer-überlebt-Pause. Und dann machen wir Cassie! Dankeschön! Cassie, vielen Dank für dein Follow! Herzlich Willkommen! Dankeschön! Und Tim, vielen, 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 vielen Dank! Toko Greywolf! Dankeschön für dein Follow! Schön, dass du da herzlich willkommen! Toko Greywolf! Ach, Tim! Tim, 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 Tim! Vielen, 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 vielen Dank! Oh, man, oh yeah! So, dann machen wir jetzt eine kleine, einen kleinen Spielwechsel und spielen danach und Sokka-Titty und Nata-Doku, Dankeschön für dein Follow, Dankeschön! Hallo, ihr beiden! Schön, dass ihr alle da habt und Tim nochmal, äh, Dankeschön! Ihr dürft gerne nochmal einen Shoutout für so Tim machen. Ähm, wir machen jetzt eine Runde Marbles und gewinne, gewinne, gewinne! Und, ähm, ich freue mich, ein paar Steam Keys und dann geht es weiter mit dem Rest von Wer überlebt, ähm, unsere immer erster Samstag-im-Monat-Tradition. So, dann machen wir hier mal Steam auf, wir machen mal Marbles, ah, hier wäre Marbles auch direkt, machen wir Marbles direkt auf. Genau, ähm, oh man, ey, Tim, unfassbar, Tim, 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 Du bist Team, also nicht unwritten! Juhu, Du bist Team! Team, 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 ich mach mal Steam auf. Ähm, ja, einfach bis nach der ersten Runde quasi, nach der ersten Runde, Brudi, das ist eigentlich immer das Schlauste. Ähm, wir machen, warte mal, ich mach A, ich muss mich erstmal einloggen. Da mach ich Musik an. Dann, ähm, könnt ihr euch schon mal moralisch noch vorbereiten, dass es hier jetzt gleich Gewinne, Gewinne, Gewinne gibt. Ähm, ähm, ja, ist doch egal, ist doch egal. So, Twitch, let's go, einloggen, confirm, let's go, ein Ohr auf Murmeln, 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 you are logged in, perfekt. Und dann machen wir hier, ähm, Epidemic Sounds, für irgendwas bezahlt man ja die ganzen Musiklizenzen. Ähm, so, da machen wir doch, das war eigentlich gestern ganz gut, ähm, wir haben gestern ja schon mal, ähm, ein Probe, Achtung, es ist lauuut! Der ist immer unfassbar laut, wenn man hier das erstmal anmacht. So, meine Damen und Herren, seid ihr ready? Seid ihr alle ready für eine Runde Marbles? Ähm, so! So!